Hallihallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Seid ihr bereit für eine kleine Bootstour? Ah, also ich bin bereit. Na dann, springen wir auf das Boot. So Leute. Ah, wunderschön. Jetzt fahren wir übern See, übern See, jetzt fahren wir übern See. Mit unserem Klempner Mario, Mari, Mari, Mario, mit unserem Klempner Mario, er ist so supertoll. Ah, der Flyguy ist ein Arsch, ist ein Arsch, ich hau, ach Gott, egal. Ja, was könnte man sonst noch für Bootslieder singen? Vielleicht, vielleicht. Row, row, row your boat, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Und jetzt im Kanon, Leute. Row, row, row your boat, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Hier ist ein Flyguy. Alter. Ne, lass mich in Ruhe. Was muss ich denn hier machen? Muss ich da hoch? Scheiße. Muss ich da hoch? Muss bestimmt da hoch. Ah. Fuck it. Ich glaube, ich habe keinen Safe State gemacht. Ja, ich habe keinen Safe State gemacht. Okay, das Ganze normal. Tut mir leid, Leute. Alter. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, wisst ihr was? Wir erhöhen die Geschwindigkeit ein bisschen. Äh. Toll, macht überhaupt keinen Unterschied. Auch geil. Limit FPS hat keinen Unterschied gemacht. Na super, das heißt, wir müssen es leider in Originalgeschwindigkeit uns ansehen. Naja, hat ja nicht so lange gedauert. Und ich singe jetzt auch keine blöden Lieder mehr. Jetzt ist alles gut. Jetzt nehmt erstmal alle euren... Nein. Gut, ich bin ja nicht ein gewisser anderer. So. Lassen wir das. Gucken wir lieber mal, wie wir da hinten drauf kommen. Ja, wie kommen wir denn da drauf? Reicht das mit nem... Wahrscheinlich, wo ich nen Dreisprung machen. Aber es wird hier auf dem Boot. Da muss man ein bisschen aufpassen. Yo, Mario. Du sagst es. Äh, gute alte Steppeinlage von ihm. So kennen wir ihn, den Mario. Ja. Okay. Ich probier's mal hier. Ja, okay. Das war jetzt mal dämlich. Hier. So. Wunderbar. Und schon ist hier der Stern. Das war jetzt nicht die ganz schwierige Aufgabe. Aber war mal ganz nett. So ne kleine Bootsfahrt. Ja, nicht die ganz schwierige Aufgabe. Und trotzdem hab ich dafür Safe States gebraucht gerade. Aber auch nur aus Zeitgründen. Das war ne reine Faulheit Safe States, Leute. Ganz genau. So. Precision Swimming. Ach du meine Güte. Try this precise. Wir müssen wieder ordentlich precise sein. Oh Gott. Wo müssen wir precise sein? Was ist das eigentlich für ein Turm? Wer ist mir noch... Ich bin jetzt hier. Was weiß ich? Wie lag ich schon drin? Und mir ist dieser Turm noch nicht aufgefallen. Wow. Und 10 Münzen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Weil, was wir noch nicht haben, ist der 100 Münzen Sterne. Obwohl wir die 8 roten Münzen ja schon gemacht haben. Die haben wir ja mehr oder weniger zufällig gefunden. Dann mache ich also auf jeden Fall nochmal in dieses Level rein. Aber... Tja, machen wir erstmal precise Swimming, oder? Äh, oder Precision Swimming. Ja, wir müssen wieder ordentlich precise sein. Ist nur die Frage wo. Eventuell wieder da unten, oder? Schwimmen wir mal wieder in unsere Geheimversteck. Ah. Wunderschön. Mario geht wieder auf Tauchgang. Ich kann es mir zumindest da unten am besten vorstellen. Es muss nicht da unten sein. Aber vielleicht... Ja, vielleicht... Ist meine weibliche Intuition ja korrekt. Und... Ja, ganz recht. Egal. Meine weibliche Intuition hat mich gerade im Stich gelassen. Musste ich da hoch? Ja, musste ich... Ah, okay, da gab es... Ja, genau, der nächste Durchgang war da oben. Alles klar. Wobei ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hin muss. Was es da mit auf sich hat? Da wundere ich mich ja auch noch. Die Säulen und die Metallkappe, die werden ja hier nicht umsonst sein. Oder soll das einfach nur in Anlehnung an Super Mario 64 sein, wo es ja mal sowas gab? Naja, also... Ich komme auch definitiv nirgendwo durch, rein, zurück, wie auch immer damit, also... Ich sehe noch nicht so wirklich den Sinn. Yay! Goomba-Sprung! Doppel-Goomba-Sprung! Doppel-Goomba-Sprung! Tja... Was mache ich in dem Fall? Haha! Ich mache das! Die 100 Münzen, die sammle ich mir jetzt noch nicht. Dann machen wir noch mal eine eigene Mission draus, oder? Ist ja kein Speedrun oder so, wo ich jetzt... Ja, komm, wir machen da noch mal eine eigene Mission draus, da kann man das Level auch noch mal schön erkunden. Hier geht es mir jetzt wirklich erstmal darum, mal zu gucken, wo muss ich überhaupt lang? Was ist denn... Was ist denn Precision Swimming? Das ist jetzt die Frage. Wir müssen... Irgendwo müssen wir präzise langschwimmen. Hat das eventuell was mit dem Strudel zu tun? Der Strudel wird uns ja mit Sicherheit töten. Da gehe ich also mal sowas von fest von aus. Vielleicht hat das aber auch was mit den Röhren zu tun, oder? Wir gucken... Wir gucken noch mal hier unten lang. Hier geht es ja auch noch lang. Ah. Okay. Hier unten war da... Nicht der eine Stern? Der erste sogar? Den wir so ewig lange gesucht haben? Ich bin gerade am überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Ah. Fast danach raus. Hier sind noch Münzen, falls ich welche suche, für die 100 Münzen. Okay. Aber hier war noch... Hier war noch so eine Höhle. Die haben wir, glaube ich... Waren wir da schon mal drin? Oh Gott, was ist das denn? Ja, wenn du hier nicht precise sein musst. Ja, sieh mal. Da vorne ist der Stern. Das ist ja bestimmt. Oh Gott. Ich verstehe, warum man hier precise sein muss. Und vor allem schnell, weil ewig Luft habe ich ja auch nicht. Ah. Oh fuck. Ja, in welche Richtung jetzt? Und schaffe ich das überhaupt von meiner Luft her? Oh ja, das schaffe ich von meiner Luft her. Okay. Here we go. Sehr schön, Leute. Das hat doch wunderbar geklappt. Precision Swimming. Das war es. Tatsächlich. Wir waren so richtig precise. Und haben nun alle sechs Sterne. Also die sechs Hauptsterne. Von den Corals. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir... Nehmen wir mal die Mission 5. Komm. Da kenn ich nix. Da pack ich euch die fünfte Mission noch oben drauf. Und zeig euch jetzt mal, wie toll man hier Münzen sammeln kann. Juhu. Da, 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 da. Hey, Goomba. Hey, Goomba Nummer zwei. Hey, Goomba Nummer drei. Sehr schön. Und du. Und du. Ha, 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 ha. Ja. Ja. Wunderbar. Und so wir alle drei Münzen von ihm bekommen. Wir lassen ja hier nichts verkommen. Um Gottes Willen. Wir werden keine Münzen verschwendet. Solange ich lebe, werde ich keine Münze verschwenden. Und bestimmt lasse ich nachher sonst wie viel liegen. Ja, ja. Aber, das wird sich zeigen. Hey, Piranha. Richtiger Piranha. Nicht diese komische Pflanze da. Tse. Diese Laune der Natur. Ach, ja. Diese Laune der Natur. Wir kennen sie. In Form von Piranha-Pflanzen. Oder auch mal, manchmal auch in Form von Luigi. Ja. Luigi, die alte Laune. Wobei, eigentlich ist eher Prinzessin Peach die Laune der Natur. Die lässt sich doch mit Absicht entführen von Bowser, oder? Das ist doch unglaublich. Sie umgibt sich gerne mit großen, stachligen Echsen. Da bin ich fast von überzeugt. Ich habe ja gesagt, ich verschwende keine Münzen. Bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Okay. Yeah. Kommt mal alle her. Tada. Ja. Yeah. Und besiegbarer Mario wird euch alle vernichten. Yeah. Da tanzen die Münzen, Leute. So. Geht das ordentlich ab hier. Hallo, Gumba. Dich besiege ich auch ohne meine Unverwundbarkeit. Du bist kein Gegner für Mario. Und Mario wird dir nun mal zeigen, wo der Hammer hängt. Denn jetzt geht er in diesen Abschnitt. Denn hier war ein blauer Münchschalter. Aber zuvor. Haha. Kümmern wir uns nochmal um diese netten Gesellen hier. Es tut mir ja fast schon leid. Ich frag mich, wie viele von euch ich schon auf dem Gewissen habe. Über 9000! Na ja. Aber je mehr Goombas man tötet, desto einfacher wird es. Das sagt man zumindest. Aber Leute. Es stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Ha. Ha. Okay. Okay. Okay, was muss ich genau tun, um diese Münzen zu erreichen? Ich muss precise sein. So viel steht fest. Und ich war alles andere als precise gerade. Ja, toll. Du merkst dich ja auch gerade gar nicht, wie ich das will, du Penner. Scheiß Gamepad. Genau. Das ist aber auch doof mit der Kamera gerade. Ich hoffe, dass es auch ausreicht, wenn ich hier zwei hole. Wir haben ja noch acht rote Münzen auch vor uns. Da oben sind noch Münzen, also eventuell riskiere ich es jetzt einfach mal und belasse es dabei. So viel zu dem Thema, ich verschwende keine Münzen, ich weiß, aber in dem Fall, die sind gar nicht mal so leicht zu erreichen. Und bevor ich jetzt zig Safestates lade, nur weil die Kameraperspektive mal nicht stimmt. Das muss ja auch nicht sein. Das ist es, das ist es. Ne, das sollte eigentlich jetzt schon locker ausreichen. Wir bekommen noch 16, wie gesagt, für die Rotmünzen. Dann wären wir bei 94. Und dann habe ich ja noch diese Münzreihe da unten. Da waren, glaube ich, auch nochmal... Und hier sind auch nochmal welche, genau. Also, gut. Das schaffen wir. Das schaffen wir auch ohne die Blauen. Das wäre jetzt nur für Highscorer interessant. Aber, pfff, sehe ich so aus. Sehe ich so aus. Ich packe euch höchstens noch ein paar Münzen oben drauf, ein paar rote. Und dann war's das. Ich glaube, ich darf nicht, dass ich sie nicht mal alle sammle. Das ist mir jetzt zu bühselig. Seht ihr, ich verschwende keine Münzen. Nein, ich bin einfach nur zur Phase, sie einzusammeln. Ach ja. Ich muss ja zum Glück hier nicht irgendwie meinen Münzdex irgendwie vervollständigen. Also, Münzendex, Pokédex, ihr versteht. Ach, egal. Ich will da alle Beste sein, wie vor mir keiner war und so. Aber das kann ich eh voll vergessen, weil, ja. Es gibt einfach viel zu gute Mario-Spiele auf diesem Planeten. Schrecklich. Schrecklich. Da kann ich absolut nicht mithalten. So, eine fehlt noch. Glücklicherweise müssen wir dafür aber nur noch eine einzige rote Münze uns schnappen. Und dann haben wir es, Leute. Dann können wir diesen verruchten Ort ein für allemal verlassen. Und haben auch die sechste Welt vervollständigt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht einfach herrlich? Oh, wisst ihr was? Wir nehmen mal die gefährliche Variante. Wir schnappen uns jetzt mal den über den Strudel und lassen auch mal den Stern darüber erscheinen. Was ist immer gefährlich, oder? Was ist immer so unglaublich mutig und, äh... Ja. Wir kennen keine Furcht. Wir schnappen uns jetzt den letzten Stern direkt oberhalb dieses Strudels. Damit der auch noch irgendwie, ja, seinen Auftritt bekommt. Aber wir haben es geschafft. Mario gains a more power from the stars. Do you want to save? Oh yeah. Okay. Wunderbar. Damit hätten wir es. Jetzt müsste ich einen Stern sammeln, um hier halt rauszukommen. Oder aber ich sag ganz einfach, cheerio, exit und scheiße, dann sind wir wieder hier. Das kann passieren. Aber das, ja, ist ja auch nicht weiter tragisch. Das ist ja auch alles live. Zumindest für mich. Für euch ja nicht mehr, aber für mich. Ich mag diese Oberwelt. Ich mag sie wirklich. Seht euch das an. Das ist doch absolut traumhaft. Gut. Aber wo wir weitermachen, wie wir weitermachen, das erfahrt ihr erst im nächsten Part von Super Mario e Star Road. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.